hallo wir melden uns mal wieder aus martinique wie du vielleicht siehst an den palmen auch im hintergrund aber jetzt ist es auch bald schon vorbei morgen geht nämlich der flug nach hause wieder in die kälte ja wir hatten jetzt eine ganz gute idee wir finden und zwar haben wir uns gedacht newsletter sind manchmal ja nicht so ein bisschen nervig sein und du hast vielleicht auch das postfach eh schon voll mit sich eigentlich gar nicht richtig genau und wir würden dich aber trotzdem gerne gerne dennoch persönlich unterstützen und dir immer mal tipps geben und deshalb hatten wir jetzt die idee dass wir einen whatsapp verteiler starten und wenn du da lust drauf hast dann schreib einfach an unsere nummer die findest du in der beschreibung eine nachricht mit deinem namen und dann bist du dabei und da wird es in regelmäßig oder unregelmäßigen abständen mal sehen immer mal kleine nachrichten kleine lerntipps geben wenn es auch nur mal kurz eine motivation ist oder so ein arschtritt vielleicht dass man sich wieder zum lernen aufraffen kann ein paar lern hacks oder ja so kleine tipps wie du eben die ganzen sachen da in anatomie biochemie physiologie oder auch ganz anderen fächern einfach besser meistern kannst und die langfristig merken kannst und genau da möchten wir einfach ganz persönlich mit dir in kontakt treten und wenn du da feedback für uns hast kannst du uns auch gerne schreiben wir sind immer total neugierig und offen und ja wollen wollen unser angebot unsere videos natürlich so gut wie möglich verbessern damit du das meiste da rausholen kannst ja wir denken es ist einfach eine gute möglichkeit und freuen uns dich vielleicht dann schon in kürze ja bei uns auf whatsapp begrüßen zu dürfen genau wir hören hoffentlich von dir ja mach's gut und jetzt lassen werde ich noch mal ganz kurz an der wunderschönen natur und den stränden hier teilhaben und wir sehen uns hoffentlich bald in diesem sinne sonnige grüße nach deutschland tschüss